O, F, 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 F. Soll ich stehe, nicht mehr? Und dieser Flick hier, unterstützt das da auch aus. Sollte sie das nicht machen und nur den Arm nach außen lenken, ganz kurz, Janis linkes Schulter, beobachten, nur kurz, pass auf, wie Janis linkes Schulter hier nach hinten geht. 5, 6, 7, und an dieser Stelle versuche ich sie nicht zu stoppen, ich soll nicht mit der linken Schulter hier stoppen, sondern ich möchte, dass diese linke Schulter die ganze Zeit in Bewegung bleibt. Vorbeheißen, 2, 3, und anfängt mit der linken Hinterirren, nicht zu weit, und dann drauf dreht immer nach rechts, 6, 7. Die Dame hat wahrscheinlich beide Arme um, 5, 6, 7, bereit, falls ihr irgendwie in die Schrauben kommt. Jetzt aber das Relax-Cifica. 6, 2, und Legen, 6, 7, ab, und, rucht, ein, h HUD, nochmal! 5, 6, 7, ab, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hin, hoch, Blick, pose, rechts, r buddy, sammeln, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hin, hoch, flicks, auf, 6, 7, ab, und die Herren, Wir haben hier eine rechte Hand, die wir nach außen stehen, hoch, breiten, dann drehen wir sie, fünf, sechs, sieben, ich drehe sie raus. Wir haben hier eine rechte Hand.